Am 24.02.2023 um 12 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr St. Augustin zu einem Fürstensponder-Einsatz in die Mittelstraße anlandiert. Die Feuerwehrangehörigen führten Reanimationsmaßnahmen bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes durch und leisteten Tragehilfe beim Transport in den Rettungswagen. Da die FF bereits bei einem Gebäude bei einem Einsatz war, kam die Einheit Meindorf, das Notaus-Einsatzfahrzeug König Sinter und der Rettungswagen Moch 1 zum Einsatz. Natürlich würde ich mich darüber freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, falls ihr das noch nicht getan habt und euch auch weitere Videos von mir anschaut. Beispielsweise das von einem Gebäude. Link auch in der Videobeschreibung.